Ja hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Nächstes Mal hatten wir einen Kampf mit unserer Mutter Lumera angefangen und diesmal werden wir ihn auch zu Ende führen. Äh, kurz hier als Nebeninfo, ich hab jetzt mir mal in den Kopf gesetzt, wie ich dieses Projekt hier machen will. Äh, wir machen das ab sofort so, dass ich immer eine Schlacht zu Ende mache, die Filmsequenz oder was auch immer dazwischen bis zur nächsten Schlacht ist, mir zu Ende machen. Und wenn die nächste Schlacht anfängt, machen wir da Pause und machen dann die nächste Folge. Es klingt nur nach einem Plan, dann habt ihr nämlich nicht immer so einen Cliffhanger. Weil die Filmsequenzen dauern meist wesentlich länger, zumindest bisher, als die Kämpfe. So, wir haben letztes Mal gelernt, ja Gefahrenzone, wenn wir in dieser blauen Bubble da stehen, dann kriegen wir unsere Leiste aufgefüllt. So, wir greifen natürlich an, der mit der Achse hat keine Chance. So, du, Finish, nehm mal auf. So, jetzt bewegt er sich. Dahin. Nenn wir mal eine Protektion. Da ist kein Regnerfeind unter dem, ne? Du hast, glaube ich, eine Lanze. Mach die Protektion mal hier. Perfekt. Wir machen echt gut Schaden. So, der mit dem Bogen, der ist easy. Tschüss. Die schreien so schön. Ich weiß, wie das klang. Dem Bündnis warten wir noch. Bis wohin kann der? Bis dahin. Dann stelle ich mich dahin, dann kann der nicht treffen. Einfach nicht in deren Angriffsfeld stellen. Du hast sowieso ein Schwert, das würde doof für den Ritter ausgehen. Du hast sowieso ein Schwert, das ist inspirierend. Jetzt ist es Zeit für uns, um unsere Bewegung zu machen. Kommt, Sigurd. Das war unglaublich. Ich weiß nicht, wie gut sie halt. Die Router. Auf jeden Fall machen wir erst einmal ein Bündnis. Und hauen da einmal einen auf die Nuss. er lebt nicht mehr ich nutze ich als halber mal ein heilmittel das wird unangenehm wenigstens greift sie mich an zwei mit diesen fähigkeiten kämpfen gegeneinander gut dass du mich angreifst dann bist du wenigstens sofort ja das hilft definitiv wenn man damit sie erst mal ein bisschen blenden kann wenn ihr protektionen erfahrung gibt so du greifst als nächstes an sofern du schaden macht ich glaube nicht ich glaube der fühlt sich nicht wohl gut dass sie nicht ihre drachenform gegen das freut mich dass du besser geworden bist ich denke immer da kommt direkt ne Filmsequenz ja weil sie schon gemacht hat jetzt kriegen wir sehr gutes ding mit es sieht fancy aus das schwert was ist denn das für ein schönes ding ach wegen dem rohblauen haar nicht rechtzeitig finisch denn du hattest tausend jahre du hattest tausend jahre und du hast diesen ring dann nicht perfektioniert vielleicht wenn die mir in den arsch getreten hätte wenn ihr nicht viel nach ihr rechnungen tausend jahre sind halt ne gigantische feitspanne mhm ein bisschen das schwert kommt auf der karte steht auch wo ich irgendwelche sachen finde ich bin eine mieze katze ja da ist noch eine mieze ich will die streicheln nächstens schauen sie mich an so hoffnungsvoll aber ich kann sie nicht anfassen da steht hier eigentlich irgendwas schön auch dass ich es mitnehmen soll ja da oben noch ne mieze oh die sind alle so süß ich habe bären gefunden eisenbachen sonst noch irgendwas stimmt ja ich kann ja auch sprinten sehr vollkommen weil ja kleine ja du warst eine gute hilfe und natürlich lieber aufs heilen als aufs kämpfen spektakulär als immer also gut wenn die heile auch sich verteidigen können aber es wäre besser wenn sie gar nicht am kampf teilnehmen wirklich nächstes kapitel wie schön wundervoll zu see my child awake at last now we'll never have to be apart there is so much to catch up on so much to see and do together we can chat for hours take long walks share meals and then hmm if my child's memories are truly lost I wonder Emblem Sigurd I am here there's something I'd like to discuss with you today certainly was eventful Queen Lumera seems so kind and caring I'm sure she was a wonderful mother if only I could remember those days I must have felt so lucky to be her child Why are you here alone? What was that? Was that me? Are you alright? it looked as though you were having a bad dream I was but yes I'm alright were you here this whole time? you were wearing my ring when you went to bed oh I'm sorry I forgot to take it off that's alright keep it on then if something happens I will be able to help besides after a millennium together I would feel uncomfortable if we were separated now Marth what was I like? hmm you knew me back then you must be able to tell me something well you were kind as you are now there's no need to remember everything at once take your time ease back into your memories Lumera advised that too didn't she? yes she did sorry I don't mean to be impatient it's alright what was that? I'm not sure an enemy raid? we had best take a look I'm worried about Lumera and the others agreed Bander Clan Fram oh Divine One thank goodness you're safe what's happening? tell me some enemies busted right through the castle walls like paper suddenly bam they're here what's worse they fought their way into the ring vault if you ask me they're trying to get their hands on the emblem rings even as we speak Queen Lumera is defending the vault quickly we must fly to her aid sounds like a plan follow me hmm okay das kann ich schon vom alten spielen mit den kampfbeutedingern da kann man sich der momentan nämlich dann meistens angucken dann ist der batman kriegt grün wer von denen hat denn überhaupt alles was zum erbeuten nur der da vorne ne und auch nur ein heimittel ja leute ja leute das wäre jetzt aber der teil den ich meinte jetzt war ne sequenz hatten ne äh schlacht am anfang wir würden jetzt hier feierabend machen und diesen schlacht beim nächsten mal anfangen ich hoffe dass ihr spaß beim zusehen hattet wenn ja lasst ein abo und ein like da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder Tschüss uuuh tschüss und nachdem